Um 10 Uhr 22. Ich werde vielleicht meine Gitarre bringen, Matthias, mache schöne Musik, vielleicht bringe ich auch meine Zitter mit. Mein Zitter, Matthias, gell? Also bis Freitag muss ich noch der alte Frau helfen, die wohnt einsam auf einem großen Bauernhof. Da gehe ich noch und helfe, kriege ich Geld von der Diakonie, das gebe ich dann meiner Tante in der Ukraine. Und gestern war ich beim Doktor, beim Nachbarn und der will ein Schönes mit mir zusammen, das habe ich vorgeschlagen, ein Ländler, ein Iggersheimer Ländler. Er spielt Hackbrett und ich spiele mit den Zitter. Und das spielen wir zum 50. oder 60. von einer anderen Nachbarn. Ja. 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 Ohne Gesetzesüberschreitungen. Nicht ein einziger Jugendlicher. Auch wir haben was falsch gemacht. Auch ich bin nicht besser wie manch anderer. Ja, ich bemühe mich nur nach bestem Wissen.